Willkommen zurück zu Costume Quest. Wir sind hier stehen geblieben, nachdem wir, ja, dieses, äh, äh, das Wetteren gemacht haben. Komm, jetzt können wir sogar durch jetzt. Und können auch ganz gechillt alles andere absammeln, was hier so ist. Und der Typ quatscht mich die ganze Zeit voll. Auch interessant. Schauen wir mal, wo wir uns hier über Süßigkeiten wegkrallen können. Äh, gut, mit dem ganzen Quatschen möchte ich jetzt nicht unbedingt. Die haben höchstwahrscheinlich ähnlich viel zu sagen. Kann man hier klopfklopfen? Juhu, Süßes Hans gibt's auch is. Und nicht der schon wieder. Das ist doch so ein kleines Trainingsareal. Total cool. Oh, sogar mit einem Ritter. Echt genial gemacht. Oh, zwei davon. Ein Fernkampf und ein Melee. Oh. Jetzt hab ich vergessen, Shift zu drücken. Nur gut. Tada. Ey, die wollen meinen Raynaud angreifen. Pam. Ach, Papier hat der noch. Da ist er in Süßigkeiten aufgegangen. Raketenhagel. So, nach zwei Runden ist er also der Raketenhagel und ein Wachschild. Space. Einfach mal alle Fähigkeiten austesten. Jetzt wird mein Raynaud geschützt. Ein Damage nur. Juhu. Ah. Nicht genug. Ich hab zwar L gedrückt und nicht Q, aber egal. Ich hab einen neuen Gegenstand. Ein Blob. Ein Blob. Okay. Und jetzt kann man hier nicht mehr Süßes oder Saures klicken. Nein, schade. Na gut. So. Oh, hi. Okay. Okay, die wollen wirklich nicht nur quatschen. Das will ich aber nicht. So, hier mal über Briefkästen haben wir auch noch Süßigkeiten drin. Interessant. Ähm, Hydra, Hydrant. Immer zwei ist auch okay. Kleinfilm macht auch müssen, aber. Aber ich hoffe mal, wir sind wieder voll regeneriert. Nach dem Kampf. Kann man hier durch? Nein. Wäre sonst echt doof. Aber man muss ja nicht jedes Mal kämpfen. Oder man kämpft ja nicht jedes Mal. Hoffe ich mal. So, haben wir hier noch irgendwas? Äh. Nö. Anscheinend nicht. Süßes, sonst gibt's Saures. Komm. Oh, hier ist noch was. Na, mach's. 270 Süßigkeiten mittlerweile schon. Juhu, Süßigkeiten. Oh, massig davon. Ja, 50 Süßigkeiten, glaube ich, waren's gewesen. Und überall noch alles andere klauen hier aus dem Briefkasten. Aus dem Hydranten. Aus der Garage. Und gibt's wieder einen Feind. Nein. So süße Kinder. So hübsch ein Kostüm. Die Animation ist auch nicht schlecht. So, überall wo dann Licht aus ist, da gibt's dann nichts mehr zu holen. Das ist natürlich ein guter Indikator, um zu gucken, na, ist da noch was zu holen oder nicht? Alter, ist das eine riesige Stadt? Holy crap. Oh, hi, was denn? Ah, okay. Das kann man hier so außerhalb noch überall die ganzen Dinge holen, die wir vorhin gesehen hatten. Die ganzen, die rumblinken hier. Und natürlich, äh, okay, hier ist die Tür. Und natürlich noch süßes oder saures Klopfen. Grubben. Grubben. Na. Oh, ich find das Kapssystem total geil. Manchmal muss ich E drücken, manchmal muss ich sogar... Oh, Zauberer. Manchmal muss ich Q drücken, das ist echt komisch. E. Padam. Dies jetzt muss ich E drücken. Shift. Krasser Damage. Oh, 24 geheilt. 19 Damage und der verbrennt mich. Holy crap. Au, jetzt hab ich... Na, ich hätte Space drücken sollen, ich hab Schiff gedrückt. Gefährlich, gefährlich. Sehr gefährlich. So, den Wachschild auf... Okay. Dann halt auf ihn. Wenn mein Ritter stirbt, ist nicht ganz so schlimm. Oh, er hat's den Angriff erhöht. Na dann, Raketenhagel. Na ja, leider ist der Ritter ein bisschen zu defensiv. Aber nächste Runde haben wir ihn. Ah, Everett ist tot. Oder besiegt. Tot klingt immer so böse. Ein Wackler, eine Halloween-Karte, ein Wackler. Schick. So, schauen wir uns mal die Halloween-Karten an, wie wir mittlerweile haben hier. Ein Blob und ein Wackler, okay. Aber das ist noch nicht wirklich viel. Hier haben wir... Ähm, ja, unsere beiden Spielfiguren. 2053, also fast einen nächst Level ab. Ah ja, hier hat er sein Kostüm, er hat seine komische Tüte. Und hier hat er sein Kostüm und seine komische Tüte. Was genau das bedeutet? I don't know. Werden wir aber sicher nicht rauswunden. Das ist ja ein riesiges Gebiet hier. Hier haben wir eine ganze Menge noch zum Verdreschen. Oh, hier ist noch was gewesen. Und noch was. Mein Gott, wie ist denn da bitte noch? Oh, erstaunlich, erstaunlich. So, an sich kann man leider nicht drehen, glaube ich. Aber das braucht man wohl auch nicht. Aber schauen wir uns erst mal im Garten. Und hier war doch hinten irgendwo eine Truhe, oder? Da. Da ist ein schickes Trühchen. Mach's hier auf. Bonbons. 50 Süßigkeiten, wunderbar. Niuu. So, kann man nichts mehr kaputt machen. Und zum nächsten. Wann? Ist ein echt schönes Spiel. Ein Erwachsener. Wieder ganz viele Süßigkeiten. Ist ein echt tolles Halloween-Spiel. Tö, hier haben wir auch noch was. Ein Hydrant. Hi, was willst du tun hier? Oh, wie wir ja ein Schweif hinter uns herziehen. Total cool. So, und was versteckst du hier? Tut mir leid. Dieser Gully überhört hat einen Gefahren und darf von niemandem betreten werden, der nicht das Passwort kennt. Okay. Schick also noch irgendwo ein Geheimlevel. So, hier kommt man nicht mehr lang. Schade. Ein Fight doch. Dann sind wir Level ab. Oh, hi. Du hast mich gefunden. Ich spiele versteckt mit meinen Freunden. Möchtest du mitspielen? Wenn du uns alle sechs findest, bekommst du einen Preis. Schick. Noch eine schöne Nebenquest bekommen. Und das sollte ja wohl nicht allzu schwer sein, die kleinen Berger zu finden. Ähm, da ich ja eh alles gründlich absuchen werde, denke ich mal. Also, ich versuche es zumindest. Ist ja ganz klar. Ich möchte, dass ich so viel wie möglich finde. Aaaaaah. Kommen. Kommen, kommen. Und wir haben wir jetzt? Immer noch Magier? Oder schon wieder? Nein, zwei, ein Verankämpfer, ein Mili. Shift. Boah, hier muss man sich wirklich konzentrieren, das Richtige zu drücken. So einfach ist das gar nicht. Entweder Shift oder Q oder E oder was ist das nicht noch alles. Aber meine haben ein bisschen wenig Leben, muss ich sagen. Zu spät. Ich lasse mal wieder E drücken. Und Q. Tadaa. Der ist in Süßigkeiten aufgegangen, der Typ. Hier muss man fix sein. So, Raketenhagel. Verbrenne, du Monster. Ein grüben Kanonier. Zack. Gut, dass man wirklich nur mit der Tastatur zu spielen muss. Ansonsten wäre das echt schwer, glaube ich. Wenn man noch die Mausnabstur bedienen müsste. Das wäre etwas hart. Uh, eine Futternase und ein Glitzerstab. Und wir sind ein Level aufgestiegen. Du bist aufgestiegen. Jetzt hast du mehr Angst, Kraft und Gesundheit im Kampf. Sehr nice, sehr nice. So, wird irgendwie gespeichert automatisch oder... Naja, warte noch mal ab. Wenn wir irgendwann beenden sollten und dann irgendwo anders wieder anfangen, werden wir das ja spätestens sehen. So, was war hier für den Kleinen? Vorsicht, da schauen Leute zu. Schauen uns vorbei zu. Wenn du das nicht weißt, darfst du auch nicht mitmachen. So, hier auch schon wieder einer. Tut mir leid, Privatparty für patriotische Helden. Genau das sind wir. Pft, eure Kostüme zelebrieren Wissenschaft und Monarchie. Ist das patriotisch? Schaut, ich habe einen Kollegen dort drüben bei den Treppen, die euch helfen könnte. Sagt ihr einfach, dass ich gesagt habe, dass es eine Art offenkundige Bestimmung ist. Verstanden? So, was haben wir hier? Schicke Quest, Patriotenparty, Versteckenden, Orban, Pines, also eine ganze Menge an Nebenmissionen hier. Ich habe eine offenkundige Bestimmung. Du solltest damit mal zum Arzt. Hier, ich gebe dir dieses Rezept. Juhu! Und was haben wir schickes bekommen? Ähm, Kostüme Quest, hier ist der Ritter, das Ritterzeug. Ja, äh, Verteidigung, Nahkampf, Erkundungsfähigkeit, das Schild. Ähm, ja, warum auch immer dieses Schild man später benutzen müsste, werden wir mal irgendwann sehen. Und eine Freiheitsstatue, cool! Huch! Huch! Jetzt habe ich ihn geschlagen, ich wollte eigentlich Space drücken. Cool, naja, gut. Das wollte ich jetzt nicht, tut mir leid, Kid. Aber wir müssen auch mal ein bisschen was aushalten. Patsch! Patsch! Ja, 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 hier gibt es so viel zu erkunden, das ist Wahnsinn. Geiles Spiel. Uh, eine dicke Frau. Oh, aber gehen wir erst mit hinten lang. Schauen wir uns mal an, was hier so ist. Ah, erstmal schön durch die, durch die Dings durchschlagen. Durch die, äh, Mauer. So, was haben wir hier noch? Hier ist es auch noch was gewesen. Ne, aber hier. Kampfmarken, okay. Könnte man es dann auch noch kaufen später? Alter, ich muss ja erstmal ganz kurz die Olle hier lang, die Olle anquatschen. Heiße Kuchen im Angebot, nice. Es wird Zeit, dass ihr Kinder freiwillig mithelfen. Der Kuchenpark auf der Schule zählt auf euch. Eigentlich, Frau Putterpam, müssen wir ja nie vorbei, damit wir diesen Häusern Süßigkeiten sammeln können. Und damit dieses große Tor. Unsinn! Die Süßigkeiten können warten. Ich brauche Hilfe über den Kuchen, sonst müssen wir den Sportunterricht streichen. Kein Sport mehr? Super! Wie kannst du es wagen? Wie kannst du es wagen? So respektlos mit deiner Direktorin. Oh Gott, die ist Direktorin. Ach, du Scheiße. Mit deiner Direktorin zu sprechen. Montagmorgen erscheint es in meinem Büro. Bitte nicht. Meine Mutter wird mich umbringen, wenn ich schon wieder zu Ihnen kommen muss. Gibt es irgendwas, dass wir können, dass wir tun können, damit Everett keinen Ärger bekommt, Frau Rektorin? Ja, ihr könnt mir eine Zutat für den Kuchen besorgen. Bereit euch, bevor ich das mir anders überlege und euch beide am Montag nachts sitzen lasse. Einfach, wie sollen wir noch sammeln? Ist ja unfassbar. Hier ist es von Quest wirklich überschüttet bis zum Gehtnichtmehr. Oh, was haben wir hier? Was haben wir hier? Wir helfen der alten Schrulle doch nicht wirklich, oder? Wir müssen es tun, sonst kommen wir nicht an dir vorbei und können keine Süßigkeiten haben, um das Tor zu öffnen. Nichts, ich war nicht mal im Tor und zu gucken, was wir überhaupt brauchen. Ich habe einen Speicherpunkt gesehen. Jetzt hört auf zu quatschen. Okay, also immer wenn wir einen anschlagen, können wir speichern. Finde ich echt gut. Das hat sich also dann meine Frage von vorhin erklärt, äh, geklärt. Na, geht es nicht weiter? Okay. So, nochmal speichern. Schlagen wir den Typen auch noch hoch. Kinder, ihr seid in großer Gefahr, sagte Bob. Endlich ein Erwachsener, der sieht, was hier vor sich geht. Aber immer, heute werden wir angegriffen. Von Zucker. Ist das der Schwitzname für eines dieser Monster? Zucker ist das größte Monster von einem. Es lässt eure Zähne verrottet und sorgt bei euch für Pickel und macht euch dick. Einen Moment mal. Und deshalb bin ich heute hier und mache Werbung für ein gesundes Essen. Und zwar mit dem klassischen Spiel Apfeltauchen. Äpfeltauchen, möchtet ihr die spielen? Nein. Klasse, fangen wir an. Schnappt euch so viele Äpfel mögliche, wo die Zeit abläuft. Grüne Äpfel sind selten und mehr Punkte wert als rote. Ach, und ich kaufe nur Bioprodukte. Achtet also auf Würmer und andere Parasiten. Was? Los! Okay, was soll ich jetzt machen? Achso. Mit Space kann man den Apfel anholen. So, und man sollte natürlich nur die roten nehmen und die grünen. Die verpoult sollte man lieber lassen. Nom, 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 nom. Lecker, lecker, lecker. Sieg! Mir wurde einem nicht mal gesagt, was man machen konnte, aber gut. Das war erstaunlich, du hast mehr Äpfel erwischt als ein Lehrer am ersten Schultag. Was haben wir also gewonnen? Süßigkeiten! Wahnsinn. Moment, ist das ein Trick? Wolltest du nicht Werbung für Zahnpflege machen? Natürlich, deshalb bekommt ihr auch eine süße Belohnung, damit ihr euch besser an eure Lektion erinnert. Das nennt man positive Verstärkung. Juhu! Kommt jederzeit wieder. Okay, wir können also immer wieder spielen. Jetzt müssen wir 25 suchen. Ah, da steht sogar. Äh, wie man... Wie man, äh, beißen konnte. Habe ich aber am Anfang nicht gesehen gehabt. Deswegen war ich etwas ratlos. No, gib mir grüne Äpfel. Nom, 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 nom. Nom, 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 nom. Lecker Äpfelchen. Noch mehr Süßigkeiten. 50 Süßigkeiten, cool. Dann machen wir es so lange weiter, bis er nichts mehr hat. Viel Sinner gibt es aber nicht, aber ich mag dich. So, machen wir es noch einmal. Schauen wir mal, 30 sollten es ja jetzt sein, genau. Bis wir an unsere Grenzen kommen. Nom, 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 nom. Uh, grüne Äpfelchen. Kommt zu mir. Immer mehr, immer mehr. Nom, 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 nom. 32 von 30. Bestimmt gibt es hier ein Steam Achievement, wenn man das Game oft spielt. Ich habe etwas besseres als Süßigkeiten. Ah, jetzt kommt der Haken. Ich wette, es ist eine Zahnbürste. Halloween-Karte, süßer Zahn. Cool. Eigentlich ist das nämlich cool. Das ist der beste Preis, den ich habe. Und der letzte. Ihr könnt gerne nochmal spielen, aber von jetzt an schreibe ich nur noch auf eure Rekorde für die Nachwelt auf. Na toll. Hey, meinst du, dass ich persönlich rekorde die besten Belohnungen überhaupt? Juhu. Cool. Genau das wollte ich. Die beste Belohnung haben. Haben wir also bekommen. So, hier haben wir kaputt machen. Kaputt machen. Die ganzen Kürbisse, die leuchten, kann man kaputt machen. Äh, die Olle werden wir gleich abschleppen. Ah, das bringt irgendwie noch nicht wirklich was. So, und es sind schon wieder 17 Minuten um ein. Ich würde immer 15 Minuten machen, aber irgendwie kriege ich es nicht so ganz hin. Ja, sehen wir uns also im nächsten Part von Köstium Köst wieder. Bis dann. Ciao, ciao. Ciao. Ciao.